In Portugal? Nein, auch nicht. Und in Rumänien? Nein, sorry. Entschuldigung. In welchen von diesen Ländern denken Sie, ist die jüdische Kultur und Tradition am wichtigsten? Nur in Polen. Okay. Nur in Polen. Ah, okay. Kennen Sie irgendwelche Beispiele von jüdischen Traditionen, wie zum Beispiel Restaurants oder Synagogen? Hier in Krakauer. Ah, okay. Entschuldigung. In Ihrer Gegend, wo Sie wohnen, sind da Synagogen oder Museen? Nein, nein. Bei mir, bei meiner Stadt, ist keine Synagogen und keine jüdische Tradition. Okay. Haben Sie in der Schule etwas über jüdisches Leben oder Geschichte gelernt? Nur ein bisschen. Okay. Nur noch die jüdischen Traditionen. Okay. Kennen Sie Juden? Okay. Vielleicht hier. Aber hier in Polen, die Juden sprechen nicht so gern. Ich bin hier. Oh, okay. Aber hier in Krasimisch. Okay. Im Moment verlassen mehr Juden Polen, wie das Juden nach Polen kommen. Könnten Sie sich vorstellen, warum das so ist? Vielleicht, Sie möchten wissen oder gucken, wo ist die große Antarki gewohnt? Die Juden, die hier gelebt haben, verlassen im Moment Polen. Könnten Sie sich vorstellen, warum? Also manche Juden. Was denken Sie ist der größte Beitrag von jüdischer Geschichte und Kultur für die polnische Kultur und Geschichte? Gleitsmer Musik, vielleicht? Okay. Warten. Okay. Das war's. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.